Willkommen zurück zu State of Decade 2 Okay, hier können wir momentan überall nichts machen. Sprelle Ausbildung. Wir werden mit Sicherheit irgendwie... Vielleicht kriegen wir den Käpt'n noch in unser Lager. Ich weiß halt noch nicht gerade wirklich, was ich bauen soll. Wir haben zwar viele Slots, aber... Ich will es dann halt nicht was Unnötiges bauen. Der Koloss ist immer noch da. Und so wie es aussieht, werden wir ja scheinbar die Basis nicht... Was ist das hier eigentlich? Wechseln mehr nehmen. Und sie haben auf jeden Fall die Map kleiner gemacht, weil hier oben, das war ja der Anfang von State of Decade 1, Das sieht man auch auf der Map bei State of Decade 2 und der Abschnitt fehlt hier halt auch komplett. Okay. Ja, wir haben Raum, aber... Und damit ist es ja nicht getan. Ähm, ich würde jetzt einen mitnehmen wollen. Wie sieht's denn aus hier? Haben alle... Einen weg. Quincy brauche ich für die Hauptquests. Deswegen nehme ich den mit. So, hat er was drinne im Inventar, was jetzt anders ist? Das hast du vor zwei Minuten schon, wie sagt mein Freund. Wir nehmen natürlich wieder die Karriere. Hey, die Tobsüchtigen hier, die sind schlimm. Habe ich eigentlich noch mehr Respekt vor, als vor den Juggernauts, weil die Juggernauts sind vom Movement nicht so krass. Müssen wir den Kram natürlich hier eben noch mitnehmen. Ah, shit man, Hordes wollen und up on us. Ah, schöne Aussicht. So, jetzt fahren wir auf der Straße aber erstmal weiter. Achso, den kann ich doch installieren. Ich bin der Blöde. Und das warst du. Doch nicht. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Ziel, das Gebäude dort hinten. Hm? Oh man, ich kann nicht warten, um euch zu zeigen, die wunderbare Explosiven wir in diesem Lab machen können. Zack. So ein blöder Sack. Okay. Kontinuier. Ey, wann war also schon mal? Ich kann mich null dran erinnern. Must be my lucky day. So. ooooh ja bisher nicht so das geilste hier hat wirklich und immer das selbe naja können wir hier was decken hat auf jeden fall im rest nicht aber wir können noch mal weiter fahren weil wir haben ja noch platz waren wir die straße weiter wer war das so stimmt da würde ich einfach die straße fahren mal gucken was da so noch kommt achte jetzt bloß ein bisschen drauf ob hier eventuell so ein kofferraum blinkt da waren wir schon natürlich nicht geben wir erstmal den schuppen so mal gucken was wir feines kriegen ok munition nehme ich gerne ok jetzt muss ich dir auf jeden fall was geben mein freund ein bisschen glück ist da benzin drin dann können wir unsere karne nämlich gleich auf tanken ja das ist nicht schlecht die schrauben können wir stecken oder natürlich nicht die macht immer so einen komischen ausfallschritt da denke ich immer ist eigentlich vorbei und dann zählt die attacke trotzdem noch noch mal schrauben ok munition all quiet now ja 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 mit dem luxus gegenstand könnten wir dich zu dem befreundeten zu befreundeten zu befreundeten in klare fahren dann vielleicht gleich verkaufen das ding so damit sind wir hier fertig ich würde mir gerne wissen zwei slots hat er noch frei dann könnten wir eigentlich noch in die bude gegenüber eben jetzt du okay ich würde dann eigentlich lieber wo handelswert wo handelswert die trage ich dann lieber erstmal lieber schon mal tragen am mann weil dann können wir es direkt verkaufen und müssen nicht hin und her wurschteln wenn wir zum händler fahren wieso kommt er nicht mehr drin so 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 wir haben zwar ein bisschen munition gefunden aber so richtig krasser loot ist er bisher nicht gewesen er hat eine schippstüte ich bin bereits voll ich bin bereits zwei plätze freuen Okay, wir können ein bisschen relaxen. Äh, ein Ding soll noch irgendwo sein. So. Oh, okay. Ich nehme erstmal das Ding, packe es ins Auto und dann. Gut. Dann können wir auch wieder Richtung nach Hause düsen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Spitze. Ich bedanke mich. Bis denn.